Seit 57 Jahren ermöglicht das deutsch-französische Jugendwerk jungen Menschen Austausche und Mobilitätserfahrungen und eröffnet neue Wege, sich zu begegnen. Gerade in dieser Zeit ist nichts wichtiger als Austausch, um sich zu öffnen und seine Lebenserfahrungen zu erweitern. Die Chancen sind vielfältig. Wir waren wirklich wie eine Familie in der Kuisine. Wir hatten einen Sinn zu befreien und es war eine gute Erfahrung professionelle, um ein neues Land zu lernen. Deutsch-französisches Jugendwerk ermöglicht es jungen Menschen aus Deutschland, aus Frankreich und aus Europa, sich kennenzulernen, sich zu begegnen und einander besser zu verstehen. Durch diese Begegnungen, ob digital, physisch oder im hybriden Format, können junge Menschen unter 30 miteinander diskutieren und sich gemeinsam für Themen, die ihren am Herzen liegen, engagieren. Beispielsweise für Europa oder Nachhaltigkeit und vorwärts kommen. Um an einem deutsch-französischen oder trilateralen Jugendaustausch des DFJW und seiner mehr als 8000 Partner teilzunehmen, muss man kein Französisch sprechen können. Ich empfehle euch, zu profitieren, zu herausfinden und zu sehr interessieren, zu sein und zu sehr interessieren, zu sein, mit allen Leuten, die ihr zu treffen. Also, los geht's! Informationen zu allen Programmen finden Sie sicher auf unserer Internetseite www.dfjw.org www.dfjw.org